hallo und herzlich willkommen zu unserem mysornet talk wir begrüßen euch herzlich holger und andrea ja andrea ich glaube du hast es auch schon mitbekommen die mysornet software unser cloud system hat ja eingeschlagen bei den hobby schneider innen ohne ende denn wir haben eine wahnsinnige reaktion positiver art mit fragen wo kann ich das kaufen und so weiter wir wollen eigentlich noch mal einen kurzen überblick geben was man da heute alles mitmachen kann also ich finde auch holger es ist vorher nie zuvor so richtig vielseitig und innovativ genäht und gestickt worden wie wir jetzt mit der mysornet die fähigkeiten und die möglichkeiten haben und das schöne ist ja dadurch dass es als cloud arbeitet kann ich sagen ich auch von überall her nutzen und viele sagen dann immer cloud ist für mich was neues sein cloud macht man heute automatisch beim home banking man benutzt in clouds irgendwo wo man sie gar nicht mitbekommt denn clouds verbinden eigentlich heute die menschen miteinander und das ist eigentlich deswegen auch für alle toll einsetzbar wie zum beispiel was du schon gemacht hast sie saß im zug hatten aufnahme gemacht von einem vorbeifahrenden baum und dann kommt man damit stickerei draus gemacht und das macht die cloud aus und deswegen erweitert euren näh und stick spektrum mit den mysornet apps zum beispiel oder dem mysornet blog das ist der mysornet newsfeed in unseren mysornet fähigen maschine und erstellt ruhig nähanleitungen und stick teilt einen vorbeifahrenden zug anleitung zum beispiel mit eurem kollegen und habt einfach spaß diese dinge miteinander zu erstellen auch miteinander vor allen dingen zu teilen ja das ist auch etwas was ich immer den teilnehmern kursen webinaren workshops die wir ja auch machen entsprechend anbieten nutzt dieses system was ihr einzig machen müsste ist eigentlich eine anmeldung für ein mysornet konto das ist übrigens kostenlos und kann dann trotzdem schon einen ganzen haufen man hat viele module die dann kostenlos zur verfügung stehen und wichtig ist eben dieses mysornet konto vielleicht auch für eine quilter gruppe die darüber ihre quilt stickereien austauschen möchten ohne dass man immer wieder nachfragen muss ich kann immer sehen was machen die anderen genau und ein anwendungsbeispiel natürlich ist auch die sticksoftware von mysornet und das ist heute auch so ein bisschen unser thema eigentlich auch und wenn man glaubt dass die mysornet sticksoftware schon viel konnte dann liegt man nicht so falsch aber durch die cloud fähigkeit ist natürlich die sticksoftware leistungsfähiger geworden und was es so im einzelnen ausmacht das wollen wir uns einfach mal heute zusammen anschauen ja da gibt es ja auch die unterschiedlichen systeme und andrea zeigt glaube ich heute mal die erstmal die silver version die ja schon ganz viel kann genau und die man sowohl als abo als auch als box bekommen kann und da gehen wir später noch mal drauf ein genau und ich finde die mysornet silver ist so wirklich ein schönes programm um mit zu starten es enthält sehr viele schriften 245 stück vordigitalisiert die kann man sich einfach picken und wunderbare elemente gestalten und du liebst es und ja vor allem ich finde es so toll weil die diese unsere schriften bieten auch ganz viele sondereffekte wie mit zwillingsnageln mit wingnageln also diese ganzen stückelemente die man vielleicht bisher mal nicht nutzt aber man sagt doch weiß ich gar nicht was man mit machen soll einfach probieren das ist genial genau und andrea zeigt dass er jetzt auch genau wir haben einen kleinen clip vorbereitet und wir zeigen einen mini ausschnitt aber es macht sehr viel spaß und zeigt wie leicht die anwendung ist mit mysonet silver vielleicht zu starten ja hier ist die software oberfläche von mysonet silver und hier können wir schon die schriften picken es gibt ein pop-up fenster mit den 245 schriften die formen lassen sich verändern direkt auf dem bildschirm oder über das menüfenster und jederzeit können natürlich andere texte eingegeben werden andere größen eingegeben werden für die schriften und direkt am bildschirm können auch effekte ausgeführt werden links auf dem filmstreifen sieht man dann auch exakt wo man sich gerade befindet welches motiv man bearbeitet und auch eine schöne funktion gerade für schriften ist das individuell denn ich kann an wörtern dann individuell an den buchstaben arbeiten um tolle effekte noch hinein zu zaubern das pop-up fenster mit 245 stück schriften ist wirklich umfassend in vielen vielen techniken und warum nicht auch mal einen effekt einbauen der rückgängig ist so als spiegel funktion warum nicht und wer lust hat kann aus dem über 2000 mini motiven auch noch kleine effekte herauspicken und zu seiner schrift dazu fügen das ist ja super was du hier gezeigt hast aber weißt du auch dass wir ja auch noch viel viel mehr können denn wir haben natürlich ja auch noch die quickfront funktion in der software drin die man auch direkt über dieses modul mit den schriften starten kann und dann kann man jede total schrift die man in dem rechner drin hat auch noch mal verwenden und man hat natürlich dadurch alle möglichkeiten die verrücktesten sachen zu machen und jetzt muss man vielleicht auch mal einstreuen das geht nicht nur auf windows das geht auch perfekt auf mac ja denn das wird immer wieder gefragt könnt ihr denn auf mac wir können mac und zwar richtig ja und das gibt es eben auch schon in unserem abonnement system denn das ist auch etwas ganz neues für die kunden und für die anwender dass ich eben nicht immer die box kaufen muss wenn ich es nicht möchte ich kann auch mit abo arbeiten das heißt ich stelle mir meine funktion zusammen sagt das ist ein perfektes abo man abonniert das und das schöne ist wenn ich jetzt mal sommerpause macht kann ich auch mal für vier fünf monate abmelden und dann wieder anmelden und weitermachen man hat alle möglichkeiten offen jeder kann entscheiden wie er es gerne hätte und das ist natürlich eine super sache und das geht schon los bei knapp 20 euro im monat ist relativ günstig und wir haben natürlich auch noch die basic variante für die die sich noch nicht so sicher sind und die probieren wollen und die können das ganz kostenlos also das hört sich fantastisch an diese abonnement versionen sind auch neu und man kann sich das vorstellen eigentlich ist es eine software zu miete und man braucht sich um gar nichts weiter kümmern außer teilzunehmen und das tolle ist dass auch updates eingespielt werden und sobald neue funktionen zur verfügung stehen kann ich natürlich diese funktionen auch direkt anwenden und was auch schön ist alle die mit mysonid fähigen maschinen arbeiten die können natürlich auch die design library verwenden die mysonid library und designs direkt auf die mysonid fähigen maschinen übertragen was natürlich auch richtig richtig spannend ist und vor allem ich kann sie aber auch auf den rechner holen kann sie verändern kombinieren und das verrückte ist ich habe jetzt in der zwischenzeit mal nachgeguckt wir sind schon bei über 7.000 muster das heißt also wer eigentlich da nichts findet und mit seiner eigenen kreativität der findet es erst recht nicht woanders genau und wer dann doch sagt wir sind eigentlich eine verpackte version viel lieber also ich habe meine verpackung lieber zu hause griffbereit wann immer ich das möchte für den ist auch diese option gegeben und es gibt sogar drei modul varianten es gibt die mysonid silver und die mysonid gold und die mysonid platinum was vielleicht noch zu erwähnen ist ist dass die funktionen die update funktionen versionsweise eingespielt werden und dann ist die mysonid library auch nicht bestandteil dieser module ja aber man hat trotzdem seinen mega spaß richtig und das ist ja das was wir hier also mit der mysonid software es erstmal eingeführt haben jeder kunde kann sein eigenes paket zurecht schnüren er muss nicht alles das nehmen was er vielleicht jetzt gar nicht braucht und weiterer vorteil ist natürlich auch noch wenn die upgrades kommen dass man eben da auch bei der abo version auch die richtigen upgrades bekommt die bei den anderen modulen dann wieder also bei den anderen box versionen dann natürlich wieder ein extra ist also man hat ganz ganz viele vorteile durch dieses abo und ja mehr informationen das kriegt man ja einmal durch die tolle broschüre die du ja mitgemacht hast kann man auf der webseite bei uns aufrufen oder man geht natürlich zu dem fachländer des vertrauens und schaut sich dort einfach mal die software an und lässt sich die module erklären also ich finde holger es ist eine richtig tolle spielwiese und für uns kreative es ist wirklich toll weil wir haben keine limits wir können erstellen was wir möchten auch nach level und vor allem nach anspruch wie sollen meine projekte aussehen und da ist die meisten auch in der stücksoftware wirklich ganz toll indem sie ebenso viele modular modulale modula modulale 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 modulen wir haben aber manchmal ganz schwierige worte braucht ihr euch nicht merken genau aber ist natürlich eine tolle sasche und ich glaube weil wir noch mal kurz auf spielen zurückkommen kennst du noch den spirograph finde ich ganz toll ich kenne ihn wirklich man hat dann wir mit diesen Kulis, mit diesen runden Rädern gearbeitet und das haben wir in etwas besserer Form noch übernommen. Es gibt einen Spirograph-Designer und mit dem kann ich, oder Spiral-Designer, mit dem kann ich ganz viele verrückte Elemente aufrufen, einfach durch Mausklicks. Ich kann dann festlegen, wie es aussehen soll. Das geht ganz schnell. Wir zeigen das jetzt auch gleich mal und damit kann man auch noch ganz verrückte Effekte erzielen, die es bisher gar nicht gab. Das finde ich auch, Holger, und ich finde das Tolle ist, dass man gar kein eigenes, ich sage mal, der Anspruch am eigenen Design muss gar nicht so groß sein, weil die Software unterstützt und mit verschiedenen Klicks entstehen wirklich traumhafte Elemente, die wirklich fantastisch in den Projekten sich dann auch machen und das ist wirklich toll und einfach und das finde ich, macht es eben auch aus, dass man einfach dran gehen kann und es kommen tolle Ergebnisse einfach dabei raus. Okay, dann zeigen wir mal kurz dieses Spiro. Ich freue mich. Und dann machen wir gleich weiter mit weiteren tollen Sachen. Spiral Design startest du mit einem sogenannten Wizard. Den Spiral Wizard gibt zuerst deine Größe ein, dann kannst du hier auf den Bereich auch eine Farbe eingeben und wichtig sind hier unsere Schieberegler. Mit diesen kannst du das Motiv komplett verändern, indem du einfach die Schiebe nach links oder rechts bewegst. Du kannst sagen, wie viele Elemente sollen sie wiederholt werden, dichter beieinander liegen und auch eventuell verdreht sein. Das geht einfach und kann ganz schnell benutzt werden. Durch Zurücksetzen geht das Programm wieder auf den Originalbereich und mit Beliebig macht es dir Vorschläge. Hast du einen Vorschlag gefunden, den du sagst, den möchte ich gerne haben, dann kannst du diesen zum Beispiel auch mal in einer Vorschau sehen, um zu sehen, wie Spyro das Muster nachher zum Sticken bereitstellt. Ganz einfach zu handhaben und wenn du das abbrechen möchtest, auch kein Problem. Jetzt kommt eine zweite Farbe hinzu und das geht einfach Farbe anwählen, dann die Farbe nehmen und so und okay, bestätigen. Dann ist sie deckungsgleich. Durch das Verändern der Größe im Prozent kannst du das anpassen und kannst jetzt immer hin und her wechseln, um an den Farben zu arbeiten. Im Moment ist Blau aktiv und wird durch die Schieberegler verändert, so wie du das Motiv haben möchtest. Ganz toll, einfach und immer wieder neue Ideen. Hast du alles eingegeben, ist das natürlich hier auf der Vorschau gut zu sehen. Mit dem Geistermodus siehst du immer im hinteren Bereich, was passiert und durch dann klicken hast du den zweiten Bereich. Jetzt nehmen wir einfach eine dritte Farbe dazu und auch hier spielen wir wieder mit diesen Elementen. Das ist eine ganz praktische Sache und immer durch den Geistermodus kannst du genau aufrufen, was passiert und in dem Bereich arbeiten. Natürlich auch kannst du Muster Farben verschieben, nach oben oder unten und es gibt auch ganz viele Stichoptionen, die das Muster optimieren. Ist alles okay, dann wird einfach mit okay bestätigt und du kannst zum Beispiel über das ganz normale Embroidery System noch zusätzlich Schriften hinzufügen. So einfach geht Spyro. Andrea, mir ist vorhin schon aufgefallen, du hast da so einen verrückten Frosch auf deiner Jacke. Wie hast du den eigentlich gemacht? Schön, dass dir das auffällt, Holger. Ja, ich habe es vorhin schon gesehen, deswegen ich dachte, ich frage sie mal. Genau, also das ist ein Design, was ich selbst entwickelt habe, aber eigentlich habe es nicht wirklich ganz selbst gemacht, denn ich habe eine Vorlage benutzt von einem Stoffprint und das ist natürlich jetzt das, was uns jetzt in die nächste Stufe bringt, der MySornet Sticksoftware, die ist MySornet Platinum und dort habe ich wirklich die Möglichkeiten, eine riesige Spielfeld zu betreten mit Möglichkeiten an eigenen individuellen Designs, die ich erstellen kann, die ich benutzen kann, die ich für meine Projekte ausdenken kann und so ist auch dieser Frosch entstanden. Also wenn man jetzt vielleicht überlegt, was könnte mein nächstes Projekt sein? Design Vorlagen gibt es ja wirklich überall und man kann auch selber zeichnen natürlich oder Funktionen der Software auch benutzen. Es gibt sehr viele Tools, die einem helfen, schöne Design Vorlagen zu erstellen, die man dann später mit Stichen auch belegen kann und wenn man partout keine Idee hat, dann kann man mal den Stofffundus anschauen und gucken, was für Stoffprints drauf sind und kann aus dem dann ein Design entwickeln zum Beispiel. Aber da sollte man vielleicht darauf hinweisen, dass man da schon auch drauf achten sollte auf die Lizenzrechte. Ist es ein Motiv, was Lizenzrechte hat, dann sollte man das für sich, darf man es immer machen, aber ansonsten eben abklären, wenn man es für was anderes benutzen möchte. Absolut, genau. Und ich denke, wir können ja mal schauen, wie dieser Stoffprint in diese Platinum gekommen ist, in dem Misonne Platinum und das können wir uns einfach mal anschauen. Da bin ich richtig gespannt drauf, denn es ist ja ein tolles Modul. Ja, das möchten wir natürlich sehen, wie in Misonne Digitizing der Misonne Platinum auch der Frosch als Vorlage zu importieren ist. Über den Assistenten Hintergrundladen kann ich ein Bild vom PC, von der Kamera, vom Scanner einfach einlesen und dann einen Ausschnitt wählen, den ich hier passgenau anpassen kann. Ich kann das Bild drehen, ich kann den Ausschnitt so eingrenzen, dass ich wirklich das, was ich dann auch mit Stichen belegen möchte, freilege. Ich kann die Größe angeben, entweder angepasst an den Stickrahmen oder die entsprechende Designgröße, die ich wünsche. Und dann werden einfach Stiche gesetzt mit den Stichfunktionen von Misonne Digitizing. Und der Hintergrund kann natürlich abgesoftet werden, die Stiche können in der Punktgestaltung sehr präzise gesetzt werden und dann werden sie einfach ein bisschen sortiert, geordnet. Die Ansicht kann in der 3D-Ansicht erfolgen, in der 2D- oder in der Objektansicht und wenn man alles dann ein bisschen schön korrigiert und ausrichtet und es sich ein bisschen Mühe gibt für sein Design, wird auch wirklich ein traumhaft schöner Frosch zum Beispiel aus dem Stoffprint. Und hier können wir sehen, wie die Flächen vergeben sind. Auch auf dem Filmstreifen sind die Flächen angezeigt und angegeben mit ihren Funktionen. Alles kann angepasst verändert werden, um ein richtig schönes Design zu entwickeln, aus einem Stoffprint zu entwickeln, aus einem Stoffprint. Ja, Andrea, was du da gemacht hast, ist ja richtig toll, richtig. Und ich sage es jetzt mal, geil. Und es ist so einfach. Ja, und vor allem, du hattest mir auch gesagt, es ist super einfach, dass du das jetzt an die Maschine schickst. Du machst einfach nur einen Klick, sagst senden und du kannst dann auch auswählen, wenn du mehrere Maschinen hast, dann welche, weil ich kenne ja den Trend, die Zweitstückmaschine ist da. Und deswegen, also man kann hier wirklich alles steuern, wie man es braucht. Aber du weißt ja, ich habe ja noch ein Lieblingsmodul. Und das ist eigentlich mein Favorit. Das ist der Stitch Editor, mit dem ich ja diesen ganzen Frosch nochmal komplett umbauen kann, ergänzen kann. Und den Stitch Editor wollen wir natürlich jetzt mal ganz kurz zeigen, denn hier ist die Spielwiese eben dann doch das Spielfeld. Denn jeder Stich kann exakt programmiert werden, welche Funktion er hat, wie zum Beispiel Stopp, Fadenwechsel oder Kaffee trinken. Also man kann hier wirklich alles machen. Ich freue mich, Holger. Und ihr könnt gespannt sein. Der Stitch Editor, unser kleines Geheimprojekt, mit dem kannst du ein bestehendes Muster komplett verändern, mithilfe dieser Linie am unteren Rand. Du kannst genau eingrenzen über den Geistermodus, was du genau machen möchtest. Und wir bearbeiten jetzt in dieser Fläche zum Beispiel einfach mal den Stichwinkel. Ganz einfach durch das Drehen. Und jetzt gehen wir zurück in die Prägung. Und bei der Prägung nehmen wir erstmal alle Stichpunkte heraus und wollen nur für den grünen Bereich jetzt Tropfen einfügen. Die kann ich einfach mit dem Stempel machen. Ich kann hier den Winkel eingeben. Vertikal oder horizontal spiegeln, ist alles fertig. Dann wird einfach gestempelt. Und jetzt siehst du hier in der Vergrößerung sehr gut den neuen Stempel. Wir gehen zurück mit dem Motiv und sagen einfach, wir haben mit unserem Ausgangsmotiv etwas ganz anderes vor. Wir morphen. Morphen ist verändern. Und auch hier kann ich ganz einfach durch das Eingrenzen zum Beispiel den Mund rausnehmen und kann aus diesem Smile-Mund einen Knutschmund machen, indem ich das einfach nach unten ziehe. Das ist ganz einfach zu machen. Einfach sagen, wo müssen die Stiche hin? Das Programm macht alles allein. Oder ich mache ein Komplett-Morphing. Das heißt, hier kann ich zum Beispiel den Frosch breiter machen. Die Füße werden breiter. Oder ich gestalte ganz einfach einen Frosch-Ballon. So einfach geht Stich-Editor. Natürlich können wir auch aus einem zweiten Motiv ganz einfach etwas heraus schneiden. Das zeigen wir hier noch ganz kurz. Das heißt also, Herz wird markiert. Dann wird es kopiert. Das erscheint in der Zwischenablage. Ich kann beide Bilder direkt nebeneinander. Kann ich hier bis zu 20 machen und nehme jetzt hier einfach das Herz hinein. Zweimal. Anordnen. Ein bisschen verändern. Fertig. Und schon haben wir ein neues, komplettes Motiv. Jetzt wird das nur noch zentriert und es ist sendebereit für deine Maschine. Viel Spaß beim Sticken. Ja, Holger, das ist wirklich spannend, was du aus dem Frosch gemacht hast. Was hat dir am besten gefallen? Die Kugel. Ah, der Verspannung, ja. Und ich finde, es ist nähen und sticken wirklich ohne Limits. Also aus den vielen und kreativen Möglichkeiten zu schöpfen, das ist einfach das, was uns so Spaß macht. Und euch sicherlich dann auch Spaß machen wird. Euch weiterführt einfach zu den Ideen, die euch vielleicht beschäftigen und die ihr auch gerne realisieren möchtet. Und ihr fragt euch vielleicht, ihr habt jetzt diese Anwendungen so schnell auch gesehen. Wir sind ja relativ nur so ansatzweise durchgegangen. Aber wir bieten auf jeden Fall auch Webinare an, wo wir wirklich Detail für Detail dann auch als Funktion zeigen und anwenden und erklären. Und da gibt es jede Menge Termine, die man auch zum Beispiel über unseren Newsletter bekommt. Also unbedingt anmelden, weil dann bekommt ihr von uns immer regelmäßig Informationen, damit ihr auch mal auf dem Laufenden bleibt. Und auch auf Instagram und Facebook, wenn ihr uns folgt, seht ihr natürlich alles, was wichtig ist oder was passiert um MyZone. Und vielleicht seht ihr da auch die nächste Ankündigung für unseren MyZone Talk. Ja, den wir dann also auch demnächst machen werden. Das ist demnächst, sobald wir wieder Neuheiten haben. Das wollen wir also regelmäßig machen, damit ihr immer auf dem Laufenden seid. Genau. Und mehr ist heute gar nicht zu sagen, Holger. Ich glaube, wir haben heute einen ganzen Haufen gesagt und ich freue mich auch schon auf unseren nächsten Talk. Freue ich mich auch. Und ich denke, das sagen wir einfach Tschüss. Sagen wir heute für euch. Happy Embroidery. Ja, bleibt gesund. Und habt viel Spaß. Bis dann. Tschüss. Bis dann. Bis dann.